Willkommen bei Eufa Hunters und Eufa Shooters, dem internationalen Kanal für Sportschützen und Jäger. Neben mir sitzt Dennis Sturhan, der Geschäftsführer von Professor Optiken und wie man unschwer erkennen kann, es geht heute wieder mal um Technik und zwar um euer Package zwischen Heim- und Professor Optiken. Dazu kannst du ein bisschen mehr erzählen, denn ich gehe immer ganz stark davon aus, dass Packages für den einen oder anderen da draußen nicht nur vom Preis her sehr interessant, sondern halt einfach auch von der Leistung. Dennis? Ja, genau. Also wir haben ja heute Morgen in einem Video schon mal diese Kooperation mit der Firma Heim erläutert. Vielleicht hier nochmal ganz kurz, dass wir jetzt seit letztem Jahr im Gespräch waren und uns das alles ja sehr genau angeschaut haben. Die Manufaktur, das ist wirklich noch eine Manufaktur, wo handgefertigt wird, wo Läufer kalt gehämmert werden, also wo der Mann seit 30 Jahren in der Maschine steht, also es ist wirklich ein Traditionsbetrieb, wo wirklich Made in Germany auch stattfindet. Genau, die haben sich unsere Optiken angeschaut, haben die auch auf ihren eigenen Schießstand geschossen und so weiter und waren dann auch mit uns so zufrieden, dass es jetzt seit Anfang des Jahres sogenannte Sparpacks gibt, so heißt das bei denen. Das heißt, du bekommst die SA30 als Ranger-Variante mit einer Optik von uns, vorzugsweise der 56, das verkaufen die sehr gerne, aber es gibt auch alle anderen Optiken der Ammersee-Serie mit einer 30er-Ring-Contage von Rosan oder Recknagel, glaube ich, also eins von beiden und ein Atec-Schalldämpfer und das Ganze fängt preislich an bei 2500 Euro. Fürs gesamte Package? Fürs gesamte Package eingeschossen und ich glaube hier ein Päckchen Munition von meinen Schießen ist da auch noch mit drin. Heim hat ja jetzt mehr oder weniger sich auf den Direktvertrieb auch forciert und braucht einen Partner. Man sieht sie online sehr wenig, leider. Muss man leider Gottes so sagen, aber... Stimmt tatsächlich, aber sie machen halt viel Direktvertrieb und das ist auch tatsächlich sehr erfolgreich. Glaube ich zumindest an den Stückzahlen, die sie abnehmen, muss das gut gehen. Es wird ja nicht jede Waffe mit unserer Optik verkauft, aber es muss tatsächlich gut vorangehen da und ja. Kannst du mir was zur Grundpräzision der Waffe sagen? Die ist, haben wir ja gerade gesehen, die ist sehr gut. Wir fahren Loch in Loch jetzt, ne? Ja, ja. Auch aus dem Kalten heraus, ne? Genau, also David hat die Waffe vorher noch nie geschossen, das ist nicht gefakt, ja, und die war wirklich auch sehr, sehr präzise mit der Optik. Wie sie eingeschossen kamen, also wir haben die nicht eingeschossen, sondern die kamen von Heim eingeschossen und es lag ja wirklich innerhalb von einem Euro, also es ist sehr präzise gewesen. Und tatsächlich auch eine wunderschöne Waffe vom Abzug und auch von der Verriegelung ist das wirklich sehr schön. Es ist ein gerade Zugrepetierer, ein Sicherheitsgrade Zugrepetierer, das heißt, du hast drei Stellungen vom Riegel, einmal wo geöffnet ist, einmal wo verriegelt ist und dann einmal ganz vorne, wo du richtig einen Widerstand hast. Obwohl die Waffe spanst, also es ist wirklich sehr schön. Naja, also tatsächlich hilft es uns natürlich, am Markt bekannt auch zu werden, ja, weil viele Leute bei uns auf den Messestand kommen und sagen, ja, ich habe hier Interesse an der Heim Mester 30 und jetzt wollte ich mir mal die passende Optik dazu anschauen. Und viele Leute kommen und werden halt auf uns erst aufmerksam, von daher ist es auch, ja, wie gesagt, sehr, sehr gut für uns und ja, sehr fruchtbar. Ja, ich sage mal so, die Gegensätze sind ja sehr groß, sage ich mal so, weil ich sage mal so, Heim, ich weiß nicht, wie viele Jahre das Heim schon am Markt gibt, die Marke hat höchstwahrscheinlich auch schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel. Euch gibt es jetzt seit drei Jahren, deswegen frage ich mich auch so ein bisschen, wie man das schafft, als junge Marke so einen alten Player zu überzeugen. Ja, wie gesagt, einmal wollen sie halt Direktvertrieb machen und wollten wirklich auch ein günstiges System anbieten, das war mit vielen anderen Partnern nicht möglich, weil auch die Optik einfach auch irgendwie annähernd an den Preis der Waffe rangeht und dann kostet ein System halt nicht mehr, so ein komplettes Paket dann halt auch nicht mehr zweieinhalb, sondern dreieinhalb oder noch mehr und man wollte einfach konkurrenzfähig sein und das ist mit unseren Optiken halt wirklich möglich. Ja, und wir hatten vorher andere Marken und das Feedback war tatsächlich, dass unsere auch sehr, sehr gut sind und wenn man das auf den Preis bezieht, waren wir einfach die erste Wahl. Wenn du jetzt mal die Zielgruppe so ein bisschen eingrenzen würdest, würdest du schon sagen, für den Jungjäger sehr interessant, auch von Preis her? Ja, also ich stehe ja immer hinter meinen Produkten und alle Produkte, die ich verkaufe, also ich habe die auch, als mit Heim noch gar nichts gewesen ist, fand ich Heim schon toll, weil ich irgendwann mal da gewesen bin und wirklich auch gesehen habe, wie da gearbeitet wird und mit welcher Leidenschaft auch und da habe ich gesagt, schon immer auf Messen, schau dir doch mal bitte die SA30 an, auch im Vergleich zu anderen, gerade zu Repetierersystemen, die deutlich teurer sind, schau dir das doch mal an, das sind wirklich gute Waffen, gerade der Lauf ist wirklich auch sehr haltbar und ich habe auch schon immer die Denner-Montage damit angeboten, also ich habe es immer schon verkauft, obwohl ich ja nie was damit zu tun hatte, ja, und ja, vielleicht hat sich das am Ende ausgezahlt, ich weiß es nicht, weil ich bin wirklich auch selber begeistert davon. Vielleicht noch zum Kalibern-Wort, also die gibt es in 30.06, in 8.57 ES, in 3.08 und natürlich ist ja, da wirst du mehr wissen, in 6.5 Piepen, das ist ja scheinbar gerade das hippe Kaliber, das gibt es natürlich auch. Okay, jetzt nehmen wir hier zweimal Lochschaft, kannst du was zur Schaftauswahl sagen? Genau, du kannst jetzt etwa diesen T-Lochschaft haben oder einen Around-Shaft, der hat keine Backe, genau, das ist im Preis mit drin und ist jetzt hier das System für rechts schützen, du kannst aber gegen einen geringen Aufpreis, ich glaube um die 400 Euro, kannst du auch ein Linkssystem bekommen. Ja. Also Linkssystem mit Optik und allem drum und dran und Schalldämpfer unter 3.000 Euro ist tatsächlich auch, glaube ich, eine Kampfansage. Ja, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, weil ich wollte gerade jetzt nochmal fragen, wie ist das sozusagen, was gehört alles dazu, also Schalldämpfer gehört dazu? Genau, sage ich nochmal, ATX Schalldämpfer, die HMS A30 in den vier genannten Kalibern, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob einige Kaliber aufpreispflichtig sind, also die 8.57 und 3.08 waren gleich vom Preis. Also die Montage, das ist eine Standard 30er Ringmontage von Rosano oder Recknagel, je nachdem, was halt gerade verfügbar ist, nehme ich an und ein 56er Glas von uns oder wahlweise halt jedes andere, was man auch auf Wunsch kriegen kann, liegt bei 2.499 Euro. Also das ist echt eine Ansage und wenn ihr euch dafür interessiert, natürlich den Artikel bei Eufer Hunters, Eufer Shooters nachlesen, da steht das alles nochmal drin und die Infos gibt es natürlich bei euch auf der Internetseite und ich gehe mal ganz stark davon aus, auch auf der Webseite von Heim. Genau, unter www.heim-manufaktur.de gibt es diese Sparpacks, gibt auch noch, wenn ich da spoilern darf, auch Varianten mit Wärmebildgeräten und so weiter, also Wärmebildvorsatzgeräten. Findet man aber auch bei euch auf der Internetseite? Bei uns tatsächlich nicht, also zumindest keine großen Infos dazu, weil das ja tatsächlich das Geschäft von der Firma Heim ist, nicht von Optiken. Achso, okay, alles klar. Gut, also wenn ihr mehr wissen wollt, dann einfach auf die Internetseite von Heim gehen und es kann natürlich auch nicht schaden, unseren Kanal zu abonnieren, denn? Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Eben.